Hallo liebe Schopperfreunde und die, die es noch werden wollen. Ich habe hier etwas Kleines, was Feines, aber auch was Gemeines. Unser Co-Pop. Unser Co-Pop ist ein 45 Stundenkilometer zugelassener Roller, hat aber nur 45 Kilo Gewicht und eine Reichweite, ihr wisst ehrlich gesprochen, zwischen 20 und 30 Kilometern. Ist ausgestattet mit einem 1000 Watt Motor, 48 Volt und fährt wie am Gummiband gezogen. Ausgestattet wie ein großer mit Alarmanlage, mit Wegfahrsperre, hydraulischen Scheibenbremsen vorn und hinten, mit Blinker, komplett LED Anlage, Hupe und natürlich kommen auch Spiegel dazu. Der Co-Pop ist perfekt für alle, die unterwegs sind und weiter mobil sein wollen. Ich habe zwei davon in Big Mama hinten drin, macht einen riesen Gaudi über den Campingplatz oder einfach in den nächsten Ort fahren, Kaffee trinken, Kirche angucken etc. Ich habe unheimlich viele Kunden, die diese Fahrzeuge zum Beispiel auf Reiterturnieren dabei haben, wenn sie mit ihren Pferden auf Turnieren sind, Rennstallbesitzer, alles was mit Rennen zu tun hat. Oder, auch interessant, Wachdienste, große Anlagen, kleines Fahrzeug mit einer super Geschwindigkeit. Ein paar kleine Details zu unserem Co-Pop. Das Charmante an dem Fahrzeug ist, er ist komplett mit Keyless Go ausgestattet. Das heißt, ich habe eine Fernbedienung, die habe ich in der Tasche, drücke zweimal drauf und schon kann ich fahren. Ich gehe weg, drücke auf die Taste und er ist automatisch im Alarmzustand und er ist aus. Was auch ein nettes Feature ist, der Akku ist hier unten verbaut, den kann ich herausnehmen. Ich kann ihn jederzeit überall laden und er ist in circa vier bis fünf Stunden wieder vollgeladen. Naja, und dann drücke ich halt einfach auf den Knopf und wisst ihr, was das Schöne ist. Der geht ab wie ein Zäpfchen. Ciao! Der Co-Pop hat den Vorteil, ich kann den Lenker noch runter machen, ich kann ihn runterklappen. Dann habe ich 1,30 Meter Länge auf 70 Zentimeter Höhe und wirklich nur 45 Kilo. Den kann ich, auf Deutsch gesagt, überall mal ohne Probleme irgendwo reinlupfen. Der geht in den Kofferraum rein und mit einem Akku von LG haben wir auch einen schönen Markenakku verbaut, der wirklich einfach das hält, was er verspricht. Wir haben den in verschiedenen Farben. Hier jetzt mal so ein bisschen die Bumblebee-Variante, wie eine kleine Hummel. Aber es gibt den auch in Orange, in Kaki, in Weiß. Also da ist alles machbar. Wer was Kleines sucht, was Handliches und was Leichtes und nicht auf diesen Stehroller-Dingern stehen möchte, der kommt um den Co-Pop fast nicht drumherum, weil es keine Alternative in dieser Preisklasse und vor allen Dingen auch nicht in dieser Größe gibt. Mit nur 45 Kilo seid ihr mobil. Meldet euch einfach, fragt, schreibt mir, ruft mich an. Ich freue mich drauf.